Ich glaube, es ist Zeit für mein Lieblingsprogramm. Hallo ihr Lieben, hier ist Blümchen. Ich bin hier gerade am Set von DaddyDAS und ihr seid live dabei. Die Sesamstraße feiert Geburtstag. Aus diesem Grund hat Blümchen den Titelsong der Kult-Sendung neu aufgenommen. DaddyDAS ist einfach die Sesamstraße. Das ist die Hünge der Sesamstraße. Und seit 25 Jahren, seit es es gibt, kennt sich jeder und irgendwie mit der Sesamstraße vertraut. Und Annie und Bert und grüne Monster sind einfach irgendwo ein Teil deiner Kindheit. Denn der Refraub singt Blümchen zusammen mit einem Kinderchor. Das war die erste Fernsehsendung, die du sehen durftest. Und Fernsehen war halt als kleines Kind ganz toll. Und dann durftest du Sesamstraße gucken und hast dadurch ja auch viele Sachen gelernt, erzählen gelernt, schreiben gelernt. An nur einem einzigen Tag wurde der Clip mithilfe der Blue Box in einer Nürnberger Fabrikhalle aufgezeichnet. Es gibt viele Szenen, die wir aus der Sesamstraße genommen haben und in denen ich dann auftauche. Womit habe ich das alles so wieder verdient?